Wir bei Fronio Solar Energy sind der Überzeugung, dass es Zeit ist. Zeit, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu einer sauberen und emissionsfreien Zukunft. Seit 30 Jahren arbeiten wir daran, die Kraft der Sonne für alle nutzbar zu machen. Denn für uns sind erneuerbare Energien der Schlüssel zur Deckung des weltweiten Energiebedarfs. Zum Beispiel für emissionsfreie Mobilität. Überall, zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit. Für die zuverlässige Stromversorgung oder für die flexible Wärme- und Kälteerzeugung in den eigenen vier Wänden. Unsere Lösungen machen nachhaltige Energieversorgung dauerhaft möglich. Dafür vernetzen, steuern und kontrollieren wir die Energieerzeugung sowie den Energieverbrauch digital. Unser Ziel lautet 24 Stunden Sonne für alle. Mit unseren intelligenten Lösungen ermöglichen wir die dezentrale Speicherung und Verteilung von nachhaltiger Energie. Für unsere Produkte setzen wir auf recycelte Materialien, optimierte Reparaturfähigkeit sowie überzeugende Langlebigkeit. Damit sind wir Wegbereiter und Begleiter für unsere Kunden, Partner und die Gesellschaft, um gemeinsam eine saubere, emissionsfreie und lebenswerte Zukunft zu gestalten. Die Sonne ist für alle da. Nutzen wir sie 24 Stunden lang für nachhaltige Energie in unser aller Leben. Fronius Solar Energy. Energize your life. Nachhaltige Energieversorgung. Nachhaltige Energieversorgung.